Willkommen, ihr Suchenden nach den verborgenen Wahrheiten und Geheimnissen, die hinter dem Schleier des Gewöhnlichen liegen. Sie haben sich auf eine Reise mit dem Seelenkompass begeben, ihrem Kompass für die Suche nach den tiefsten Geheimnissen der Seele. In der heutigen Erkundung tauchen wir in die rätselhafte Welt der Rosenkreuzer ein, einer geheimnisumbitterten und geheimnisvollen Gesellschaft. Eine Bruderschaft, die von alter Weisheit, verborgenem Wissen und spiritueller Alchemie flüstert. Auf unserem Weg durch die nebligen Korridore der Geschichte entdecken wir die Faszination der Rosenkreuzer, eines Geheimordens, der seit Jahrhunderten Gelehrte, Mystiker und Wahrheitssuchende in seinen Bann zieht. Von ihren geheimnisvollen Ursprüngen im Europa des 17. Jahrhunderts bis hin zu den tiefgründigen Lehren, die versprechen, die Struktur unseres Seins zu verändern, ist ihre Geschichte ein Teppich, der aus Fäden esoterischen Wissens, spiritueller Erleuchtung und verborgener Kräfte gewebt ist. Begleiten sie uns also auf unserer Reise in das Herz dieses mystischen Ordens. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Rosenkreuzer enträtseln und herausfinden, warum ihre Lehren im Verborgenen geblieben sind und wie ihre uralte Weisheit in unserem Streben nach spirituellem Erwachen zum Tragen kommt. Dies ist mehr als die Geschichte eines Geheimbundes, es ist eine Odyssee in die Tiefen des menschlichen Geistes und die universellen Wahrheiten, die uns alle verbinden. Im Schattenreich des verborgenen Wissens und der esoterischen Tradition steht der Rosenkreuzerorden, ein Leuchtfeuer des Geheimnisses und der alten Weisheit. Dieser Geheimbund, der in den Nebeln der Zeit verborgen ist, entpuppt sich als ein komplexes Geflecht mystischer Praktiken und okkulter Überlieferungen. Die Rosenkreuzer, Hüter Arkaner Geheimnisse, haben sich tief in die Annalen der metaphysischen Traditionen eingegraben, und ihre Anziehungskraft hat im Laufe der Jahrhunderte nicht nachgelassen. Die rätselhaften Rosenkreuzer sind nicht nur eine bloße Ansammlung von Individuen, sie sind Hüter eines esoterischen Erbes, das bis in die dunklen Korridore der Geschichte zurückreicht. Ihr Interesse an den arkanen Künsten, am mystischen Zusammenspiel der kosmischen Kräfte und an den transformativen Kräften der spirituellen Alchemie macht sie zu einem einzigartigen und faszinierenden Phänomen im Reich der Geheimbünde. Der Rosenkreuzer-Orden unterscheidet sich jedoch durch seinen Ansatz in Bezug auf Mitgliedschaft und Organisation. Die Rosenkreuzer verzichten auf die undurchsichtigen und oft verschlungenen Wege, die für andere geheime Bruderschaften charakteristisch sind, und bieten mit ihrem Eintritt ein Leuchtfeuer der Klarheit. Ihre Mitgliedschaft steht allen offen, die danach suchen, ist kostenlos und doch von unschätzbarem Wert und stellt eine Einladung dar, sich auf eine Reise der spirituellen Metamorphose zu begeben. Diese Reise ist durch Verdienste gekennzeichnet, ein Zeugnis für persönliches Wachstum und innere Entwicklung, das den Aspiranten durch neun heilige Einweihungen führt. Jede Einweihung ist ein Schritt näher zum Herzen der spirituellen Erleuchtung, eine fortschreitende Enthüllung der tieferen Wahrheiten, die im Kern der Existenz liegen. Die öffentliche Wahrnehmung der Rosenkreuzer ist jedoch von Rätseln umhüllt. Sie werden nicht als ein streng strukturierter Orden gesehen, sondern eher als eine Konstellation von Suchenden, die durch ihren Durst nach dem Esoterischen verbunden sind, die Fantasie anregen und die Seele bewegen. Seit ihrem Auftauchen im 17. Jahrhundert sind sie ein Thema intensiver Debatten und Faszination geblieben, ein Rätsel, das von den Geheimnissen der Zeitalter umhüllt ist. Ihre schwer fassbare Natur macht sie zu einem Gegenstand endloser Spekulationen und Intrigen, was ihren Reiz noch erhöht. In einer Welt, in der sich Schatten und Licht vermischen, sind die Rosenkreuzer die Hüter Uralter Geheimnisse, deren Lehren durch die Zeit wiederhallen. Ihr Weg ist ein Weg der Entdeckung, eine Reise durch die verborgenen Dimensionen des Selbst und des Universums. Wenn wir tiefer in ihre Welt eintauchen, stehen wir an der Schwelle zu einer tiefgreifenden und transformativen Weisheit, einer Weisheit, die Suchende durch die Jahrhunderte hindurch gefesselt und mystifiziert hat. Aus den Nebeln des 17. Jahrhunderts trat der Rosenkreuzerorden im Herzen Deutschlands ans Licht der Welt. Es war eine Zeit des intellektuellen Aufbruchs, der Renaissance und der Reformen, und in dieser Welt verkündete sich der Orden mit drei tiefgründigen Manifesten. Diese Dokumente waren nicht nur Ankündigungen, sondern Vorboten einer neuen Ära der geistigen Reform für die Menschheit. Sie sprachen von einer verborgenen Weisheit, einem heiligen Wissen, das lange im Sand der Zeit begraben war und nun wieder auftaucht, um den Weg der spirituellen Evolution für die Menschheit zu erhellen. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs die durch diese Manifeste gesäte Saat zu einem üppigen Garten unterschiedlicher Interpretationen und Gruppen heran, die sich alle auf die Identität der Rosenkreuzer beriefen. Diese blühende Vielfalt schuf ein Spektrum von Manifestationen, das von offen zugänglich bis hin zu kryptisch exklusiv reicht. Diese unzähligen Gruppen, die sich in ihren Praktiken und in ihrer Offenheit unterschieden, waren unter dem Banner der Rosenkreuzerischen Philosophie vereint, ein Beweis für die anhaltende Kraft und Anpassungsfähigkeit ihrer ursprünglichen Vision. Das Herzstück des Rosenkreuzerischen Ethos ist ihr unnachgiebiges Engagement für das Studium des Okkulten und der Spiritualität. Dabei handelt es sich nicht um ein rein akademisches Streben, sondern um ein leidenschaftliches Streben nach ultimativem Wissen, einem Wissen, das eine persönliche und spirituelle Transformation verspricht. Untrennbar mit dieser Suche verbunden ist die historische Verbindung der Rosenkreuzer mit der alten Kunst der Alchemie. Aber es handelt sich nicht um die alte Alchemie, die sich mit der Umwandlung von unedlen Metallen in Gold beschäftigt. Es ist das Streben nach einer höheren Alchemie, einem alchemistischen Prozess, der die Umwandlung des menschlichen Geistes zum Ziel hat. Es ist eine innere Alchemie, eine mystische Reise, die darauf abzielt, die Seele zu reinigen und sie mit der göttlichen Essenz des Universums zu vereinen. In diesem Streben navigieren die Rosenkreuzer in den esoterischen Gewässern der metaphysischen Weisheit und versuchen, dieses tiefe Wissen zu nutzen, um den menschlichen Zustand zu verbessern. Ihre Reise zeugt von der Überzeugung, dass in den geheimnisvollen Mysterien der Alchemie der Schlüssel zu spiritueller Erleuchtung und kosmischer Harmonie liegt. Es ist ein Weg, der all jenen winkt, die es wagen, hinter dem Schleier zu suchen, die sich danach sehnen, die tieferen Rhythmen des Universums und ihren Platz darin zu verstehen. In den verborgenen Kammern der Rosenkreuzerischen Weisheit entfaltet sich die Kunst der höheren Alchemie als eine heilige Reise, die den Suchenden durch einen transformativen Prozess führt, der in drei tiefgreifende Stufen unterteilt ist. Jede Stufe ist ein Schritt tiefer in die Geheimnisse der Existenz, ein Tanz mit den göttlichen Kräften, die unser Wesen formen. Die erste Stufe ist die Leute, die Änderung des physischen Bereichs, wo Körper und Geist gereinigt und harmonisiert werden. Hier lernt der Aspirant, die Schlacke weltlicher Unreinheiten abzustreifen, das Gefäß, das der menschliche Körper ist, zu verfeinern und es zu einem würdigen Gefäß für höhere Wahrheiten zu machen. Diese Phase ist vergleichbar mit der Vorbereitung der Leinwand, bevor der Pinsel des Künstlers sie berührt, um sicherzustellen, dass jeder Strich der spirituellen Erkenntnis auf einer makellosen Oberfläche empfangen wird. Vom Physischen aufsteigend, führt die Reise zur astralen Stufe, dem Reich des Herzens und der Gefühle. Hier reinigt und meistert der Alchemist seine emotionale Natur. Es ist ein Schmelztiegel, in dem die Leidenschaften gemildert und die Gefühle in einen höheren Zustand der Empathie, der Liebe und des Mitgefühls verfeinert werden. In diesem Bereich lernt der Suchende, den Sturm des Herzens auszugleichen und stürmische Emotionen in heitere Pools der Weisheit zu verwandeln. Die letzte und erhabenste Stufe ist die spirituelle Ebene, auf der der Suchende nach der Vereinigung mit dem Göttlichen strebt. Hier erfährt der Alchemist die tiefe Erkenntnis des Einsseins mit dem Kosmos. Diese Stufe ist nicht nur eine Errungenschaft, sondern eine fortwährende Gemeinschaft mit dem Heiligen, eine kontinuierliche Entfaltung der göttlichen Gegenwart im eigenen Selbst. Die verschleierte Natur dieser Lehren, die in Geheimhaltung gehüllt sind, dient einem doppelten Zweck. Erstens dient sie als Schutz gegen den Missbrauch dieses mächtigen Wissens durch Menschen mit böswilligen Absichten. Die esoterische Weisheit der Rosenkreuzer ist mächtig und könnte, wenn sie unbedacht eingesetzt wird, schlimme Folgen nach sich ziehen. Daher sorgt der Schleier der Geheimhaltung dafür, dass nur diejenigen, die entsprechend vorbereitet sind und edle Absichten hegen, Zugang zu diesen tiefgründigen Geheimnissen haben. Zweitens bewahrt der Mantel der Verschwiegenheit die Heiligkeit und Integrität der Lehren. In einer Welt, in der das Heilige oft trivialisiert wird, bewahrt dieser behutsame Ansatz die Tiefe und Ernsthaftigkeit, die diese Lehren erfordern. Dies steht in krassem Gegensatz zur westlichen Tradition der offenen Verbreitung, bei der das Wissen zwar freigeteilt, aber oft seines heiligen Kontextes beraubt wird. In den östlichen esoterischen Traditionen wird das Wissen mit Ehrfurcht behandelt und mit Sorgfalt und Verantwortung weitergegeben. Dieser Ansatz stimmt mit dem Ethos der Rosenkreuzer überein, bei denen das spirituelle Wachstum stets im Mittelpunkt steht. Das Ziel ist nicht das Streben nach außergewöhnlichen Kräften, sondern die Entwicklung der Seele, das Erwachen zu einem höheren Zustand des Seins. So bewahren die Rosenkreuzer ihr Wissen treuhänderisch auf, eine heilige Flamme, die durch die Jahrhunderte hindurch lebendig gehalten wird und den Weg für diejenigen erhält, die den Weg der spirituellen Erleuchtung beschreiten wollen. Wenn wir den Schleier über der rätselhaften Welt der Rosenkreuzer lüften, stehen wir an der Schwelle zu einer tiefgreifenden Erkenntnis. Unsere Reise durch die verschleierten Korridore ihrer uralten Weisheit, ihrer mystischen Praktiken und der heiligen Kunst der höheren Alchemie lässt uns mit einem Gefühl der Ehrfurcht und einem tieferen Verständnis des spirituellen Gewebes zurück, das das Universum zusammenwebt. In den stillen Kammern unseres eigenen Seins verweilen die Echos dieses alten Wissens und erinnern uns daran, dass die Suche nach spiritueller Erleuchtung eine ewige Reise ist, die nicht durch Zeit oder Raum begrenzt ist. Der geheimnisumwitterte Rosenkreuzer Pfad dient als Leuchtfeuer für alle, die das Weltliche überwinden und die höheren Reiche des Bewusstseins ergründen wollen. Damit schließen wir dieses Kapitel unserer mystischen Erkundung, aber die Reise ist hier nicht zu Ende. Der Pfad der Erleuchtung ist eine endlose Straße, die sich durch die Landschaften der Seele schlängelt und denjenigen zuwinkt, die mutig genug sind, sie zu gehen. Möge das Licht der Weisheit ihre Schritte leiten, und mögen sich die Mysterien der Zeitalter vor ihnen auf ihrer Suche nach Verständnis und spirituellem Erwachen entfalten. Bis wir uns auf dieser Entdeckungsreise wiedersehen, halten sie die Flamme der Neugier am Leben, und denken sie daran, dass in den Reichen der Esoterik und des Göttlichen jedes Ende nur ein neuer Anfang ist.